Hier präsentieren wir 5 beste Pool-Roboter-Tests. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Welt 2 Wellness elektronischer Power. Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Gadget möglich sind und auch ein ähnliches riesiges Budget verwalten können, ist dieses Design die ideale Adresse. Es bietet eine sehr hohe Saugleistung, weshalb wir mit unserem Schwimmbad-Roboter-Test besonders schnell Staub beseitigen durften. Pro Stunde werden praktisch 14 Meter 3 gefiltert, so dass auch größere Schwimmbäder in kurzer Zeit staubfrei sein können. Darüber hinaus hat die Welt 2 Wellness 3 verschiedene Programme. Dadurch kann es optimal an das jeweilige Schwimmbad angepasst werden. Der Lieferumfang besteht zusätzlich aus 2 Filterkörben. In unserem Pool-Roboter-Test haben wir auch die Realität, dass das Kabelfernsehen ist lang auf 18 Meter. Aufgrund der hohen Anschaffungsrate wurde das Design auch mit wirklich hervorragender Qualität und belastbaren Teilen gefertigt. Nummer 4. Zodiac elektrischer Pool-Roboter Tournax O3200 In unserer Pool-Roboter-Untersuchung gehörte diese Version zum mittleren Kostenbereich. Schließlich können Pools viel schneller und auch besonders zuverlässig bereinigt werden als mit den billigeren Geräten. Dank seines Kettenantriebs bleibt der Zodiac nie hängen und kommt auch besonders bequem an die Wandflächen. Im Einfachen war es für uns wirklich einfach, den Zodiac in unserer Pool-Roboter-Prüfung durchzuführen. Er berücksichtigt zusätzlich nur 5,5 Kilogramm und kann somit bequem transportiert werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Dolphin E25 – Automatischer Schwimmbad-Reinigungsroboter Der E25 gehört zu den teureren Designs in unserer Pool-Roboter-Untersuchung. Aber es ist das Geld auf jeden Fall wert. Es ist für alle Pool-Chips geeignet. Neben eckigen Schwimmbädern erreicht es zuverlässig die Ränder, an denen sich die meisten Schmutzfragmente ablagern. Die Version verfügt zusätzlich über einen Scanner, der Ablagerungen entdeckt, damit Sie so effektiv wie möglich loswerden können. Das Bürstensystem funktioniert auch sehr tief und entfernt auch persistente Mikroorganismen und auch Algen. Nummer 2. Manutronics Dolphin E10 – Automatischer Roboter Für die vielen Funktionen, die man Hydronix hat, ist das Gadget wirklich billig. Es ist extrem einfach zu bedienen und entwickelt ebenfalls eine hohe Reinigungsleistung. Mit ihrer Hilfe wird Schmutz von der Pool-Seite genau befreit. Das Gadget benötigte praktisch 2 Stunden für unseren Pool-Roboter-Test. Wenn es fertig ist, kann es schnell und auch bequem gereinigt werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Dolphin E20 – Automatischer Schwimmbad-Reinigungsroboter Dieses Design kommt zusätzlich mit hartnäckigem Staub wie Algen oder Keimen zurecht. Es ist ebenfalls mit einem Scanner ausgestattet, der identifiziert, wo sich Ablagerungen befinden. Insgesamt funktioniert es wirklich schnell sowie dauert etwa 2 Stunden zu reinigen. Wie bei Delfinreinigern üblich, wird der Wasserstrahl nach oben umgeleitet, um sicherzustellen, dass er keine Art von Schmutz erbricht. Die optimale Größe des Beckens, für die der E20 genutzt werden kann, beträgt 4 x 10 Meter. Der primäre Einsatzort ist das persönliche Schwimmbad. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.